Hallo ihr Lieben! So, ich bin zurück aus Berlin von unserer Nationalkonferenz und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, bestenfalls natürlich als Berater, dann müsst ihr da wirklich mitkommen. Das ist, man kann diese Emotionen gar nicht in Worte fassen und es ist einfach auch super cool, schon relativ früh tolle Neuigkeiten zu bekommen. Und deswegen habe ich euch nämlich was mitgebracht und zwar unseren neuen Aroma Pure Car Fresher. Ja, wir kennen alle den GoSmart fürs Auto, für die Duftsticks, der bleibt natürlich. Aber unser neuer Autohalter, der kann jetzt die Intensität regulieren, ja. Wir kennen das alle, wenn wir neue Sticks ins Auto gemacht haben und dann denken wir erstmal, boah, sehr intensiv, ja. Und das wird dann langsam weniger. Hier habt ihr jetzt einen Schieberegler, mit dem ihr die Intensität variieren könnt. Vielleicht die ersten paar Tage einfach nur ein bisschen niedriger stellen, bevor ihr es dann vielleicht im Schluss nochmal ein bisschen höher stellt. Was kommt da rein? Ich mache euch das mal auf. Das sieht von innen so aus. Ihr könnt hier nach wie vor unsere Duftsticks reinpacken, also gar kein Problem. Aber Party Light hat sich was Neues einfallen lassen und zwar unsere Aroma Pure... Na, wie soll man es denn sagen? Das sieht aus wie ein Stück Holz, ist es aber nicht. Ich zeige es euch mal. Seht ihr das? In einer Packung sind zwei solche Duftchips drin. Ich habe jetzt hier den Sommerleinern. Es gibt zehn Düfte, in denen wir das bekommen, ja. Ich habe zwei so Pakete und ein Paket hält den Duft für ca. 45 Tage. Also viel länger wie die Smart Sense fürs Auto. Nach wie vor habe ich hier verschiedene Halter. Natürlich für an die Lüftung, wo es am besten sitzt. Aber auch wieder das Klemmerchen und das Seilchen ist dabei, ja. Egal wo ihr es hinlegen wollt. Ich mache halt den Halter für die Lüftung dran. Und denkt dran, hier sind Löcher, hier sind Löcher. Also bitte nicht das Ganze verschließen, sondern so zusammenbauen, dass das Ganze offen ist, ja. So, und jetzt mache ich euch doch mal da so ein Tütchen auf. So, das ist nach wie vor gepresstes Papier in Öl getränkt. Oh, wie das duftet. Wie das duftet. Wunderbar. So, jetzt kommt das gute Stück hier rein. Und dann machen wir den Halter wieder zu. Das geht auch eigentlich ganz einfach. So. Aha, ich habe den Regler noch zu. So. Und jetzt ist das Teil zu. Und ich kann hier meine Intensität regulieren. Ist das nicht cool? Unser Aroma Pure Car Freshener. Oder Autohalter. Also ich finde den mega. Und ihr wisst, ich werde ihn für euch testen. Ich habe ihn jetzt seit ein paar Tagen. Und werde ihn jetzt im Auto da mal einbauen. Und euch darüber berichten, wie denn so der Duft war. Wie das, wie die Intensität war. Und ja, ich werde berichten. Und ich freue mich, wenn ich euch den tollen Autohalter live zeigen kann. Ja, also. Ach, das Beste habe ich übrigens noch vergessen. Es gibt von Swarovski ganz tolle Aufsätze für das hier zu verschönern. Und sie sind wirklich so toll. Sie glitzern ganz, ganz schön. Leider sind meine noch unterwegs. Ich habe noch keine. Aber ich habe mir sie natürlich bestellen müssen, um sie euch zu zeigen. Und sie sind halt auch wirklich echt toll. Und so kosten auch gar nicht so viel. Naja. So, ihr werdet es live sehen. Ich freue mich auf alle, die eine Party gebucht haben. Oder die vielleicht noch eine Party buchen wollen. So, das war's. Eure Kerzentante Kim. Tschüss. Tschüss.